Hast du schon mal versucht in Blender etwas zu modellieren? Dann kennst du bestimmt verschiedene Wege wie Boxmodeling oder auch Skyping. Die sind wirklich die bekanntesten, aber es gibt noch ein Tool, was viel machtvoller ist als diese beiden zusammen. Und das sind Geometry Notes. Die stelle ich euch heute in dieser Folge vor und ich zeige euch, wie ihr im Grunde damit sogar programmieren lernen könnt. Deswegen bleibt dran, es wird definitiv spannend. Aber erstmal Hallihallöchen, mein Name ist Lars und das ist eine weitere Ausgabe unserer Serie der Blender Guide, in der wir euch jede Woche ein Thema aus Blender vorstellen und das Ganze anfängerfreundlich in der Form eines Videos hier verpacken. Lasst gerne jetzt schon mal beim Thema Geometry Notes einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen sollte. Abonniert auch gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um uns zu unterstützen mit zwei Klicks und damit auch ihr eine Menge neue Videos in dem Falle bekommt in eurer Abo-Box. Und schreib doch auch mal in die Kommentare, in wie viel ein Flash du schon Erfahrung hattest mit Geometry Notes und was du damit cooles gebaut hast. Ansonsten sag uns gerne nach der Folge auch, was hier vielleicht noch gefehlt hat in diesem Video. Ansonsten wird es aber ganz viel Spaß und wir legen wie immer los nach unserem Intro. Und hier sind wir auch in Blender 3.2.1. Ich könnte schon upgraden auf 3.3, aber wir bleiben erstmal bei dieser Version. Und heute geht es wie gesagt darum, erstmal Geometry Notes kennenzulernen. Den Begriff werdet ihr in dieser Serie noch absolut gar nicht gehört haben. Den Begriff habt ihr in dieser Serie noch absolut gar nicht gehört, wenn ihr schon länger dabei seid. Deswegen stelle ich euch heute das Ganze mal vor. Und im Grunde fragen wir uns natürlich wie immer, wie fängt man da überhaupt wirklich an? Wie kommt man auf Geometry Notes? Naja. Im Grunde ist das ganz einfach. Ihr seht ja das typische Blender Interface, das seid ihr wahrscheinlich schon inzwischen vertraut. Ihr seht ja hier das typische Blender Interface. Das kennt ihr ja schon komplett inzwischen, wenn ihr diese Serie verfolgt habt in allen Zügen. Und hier oben gibt es aber noch zwei Tabs, an denen wir uns ranhängen können, nämlich Geometry Nodes und Scripting. Die sind uns auch fremd und wir gehen heute mal in Geometry Nodes. Da bekommt ihr diese Ansicht hier. Und ihr merkt hier schon, hier ist das Ganze ein bisschen detailreicher, aber auch anders. Was wir bisher kennengelernt haben, um erstmal die Views zu erklären, ist ja hier auf der linken Seite. Hier haben wir einmal alle Mesh Daten. Das heißt, wir wissen, wo alle Vertices sind. Eben hierbei können wir mal mit Tab rechts in den Edit Mode wechseln. Und zum Beispiel gucken hier, der Vertex 0 hat die Position 1, 1, 1. Das heißt, das müsste der hier oben sein. Weil wir haben hier X-Achse in diese Richtung, Y-Achse nach vorne und Z nach oben. Das heißt, das hier ist der erste Vertex hier in dieser Liste. Dann kommt hier 1, 1, minus 1. Also X1, Y1, Z minus 1. Das ist hier unten dieser. Und ihr könnt euch hier auf dieser Liste erarbeiten, welches Polygon sich hier wo verbirgt. Hier oben haben wir auch einen kleinen Cursor und wir haben hier auch Show Only Selected. Wenn wir das machen, seht ihr jetzt genau hier, welcher Eintrag hier welcher ist. Ihr seht auch links daneben, die ID sich hier ändern. Gleiches gilt genauso auch für die Edges hier unten drunter. Wenn wir mit der Zahlenreihe 2 hier im 3D Viewport eben in die Kantenauswahl wechseln oder hier oben dieses Icon nutzen. Und wir klicken zum Beispiel die Kante zwischen dem oberen und dem unteren hier sehen wir, das ist hierbei die Edge 2. Hier haben wir Edge 11, hier haben wir Edge 4. Die können wir uns alle holen. Und es geht dabei immer von der Zählung her, wie überall in der Informatik, bei Null los. Sehr einfach geklärt. Das gleiche auch mit Faces. Der Würfel hat insgesamt 6 Flächen und hier könnt ihr auch sehen, welche von diesen hier Shadesmove anhaben. Das heißt, wenn wir hingehen und hier im 3D Viewport oben rechts mit der Zahlenreihe 3 oder dem Icon hier oben, hier nämlich umschalten in die Flächenauswahl und wir klicken eines an, sehen wir hier Shadesmove, der Haken ist nicht drin. Material Index 0 komme ich gleich zu und hier ist eben das Normal, was dazu eben berechnet wurde mit allen Daten hier innen drin. Wenn wir jetzt hier mal in Shadesmove klicken, passiert nichts. Aber wenn wir auf dem Mesh auf der rechten Seite hier rechts klicken und dann in dem Fall weiter unten hier Shadesmove aktivieren, seht ihr, taucht hier oben links der Haken auf. Shadesmove habt ihr auch schon bereits kennengelernt. Das ist in dieser Serie nichts mehr Neues. Entsprechend kennt ihr also hierbei das ganze Schema. Mit Face Corners, also Ecken von unserem Mesh hier, ist es identisch. Wir haben hier eine ganze Reihe von Ecken und auch gerade hier steht auch dabei UV Map. Darauf beziehen sich diese Daten nämlich ebenfalls, denn dort können wir nämlich aus einem einzelnen, in dem Falle Face, mehr machen oder eben weniger. Als Beispiel gehen wir jetzt mal hin und zeigen euch, bevor wir zum Thema Geometry Nodes hier unten dann gleich kommen, was noch damit auf sich hat. Nehmen wir doch mal hier oben den Reiter UV Editing und wenn wir jetzt hier mal alles auswählen, kriegen wir hier die komplette Ansicht. Genauso auch hier im Geometry Nodes Tab, wenn wir alles auswählen, haben wir auch hier alle Corners stehen. Das sind die 23, 24 Stück eben. Also anders gesagt, hier jede Fläche hat vier Ecken. Das sind die hier, die hier, die hier unten und die hier rechts und das ganze mal sechs sind 24. Die finden wir auch hier nochmal im UV Layout wieder, wenn wir hier alles auswählen. Denn das hier oben, das sind hier in dem Falle vier Stück, vier Ecken. Hier haben wir vier Ecken oder anders gesagt, jedes Viereck hat natürlich Vierecke. Vier Ecken, so rum. Das ist eigentlich selbsterklärend. Nur jetzt kommen wir zu was Spannendem. Hier oben findet ihr also erstmal eine Datenübersicht über alle Sachen, die an eurem Mesh beteiligt sind. Ihr könnt auch hier oben links umschalten von Evaluated zu Original und dann unten drunter habt ihr auch hier die Viewer Node. Die Sachen hier, das sind verschiedene Modi mit den entsprechenden Daten über euer Objekt, die ihr euch anschauen könnt. Entsprechend auch dasselbe Schema, wenn wir eine Curve hätten und die hier meinetwegen über das Shift-A-Menü Curve bisher einfügen würden, seht ihr auch hier, wir haben zwei Kontrollpunkte und eine Spline, die verläuft. Und zwar hier hinter dem Würfel diese Curve hier unten. Es ist also erstmal nichts Schwieriges da oben. Nur wie können wir jetzt die ganzen Elemente, die wir in Blender einfügen können, auf eine total simple Art und Weise verformen, ihnen Daten hinzufügen, ohne dass wir eine einzige Operation hierbei im 3D-Viewport hier oben machen können. Oder in dem Falle müssen. Wir schieben den Würfel über GX mal zurück, auf die alte Koordinate hier, ungefähr so, oder einfach über STRG Z, bis wir wieder fahren wie vorher, ungefähr hier. Und wir machen hier mal wieder Shade Flat. Jeder von diesen Objekten, also jedes Mesh, was wir einfügen können, jede Curve, kann Modifiers haben. Das haben wir auch schon mal in einer Folge erläutert. Und da gibt es hier unten in der Ansicht hier per Default die Modifier-Ansicht direkt. Warum das Ganze? Naja, wir klicken mal hier auf den Button Plus New. So, dann seht ihr auf der rechten Seite hier taucht der Geometry Node Modifier auf. Der ist zu finden hierbei unter hier oben Generate und dann eben bei G, Geometry Nodes. Das ist dieser hier. Und der erlaubt euch, wie es da schon steht, prozedurale Operationen oder Effekte auf dem aktiven Objekt auszuführen. Das heißt in dem Falle, wir machen jetzt keine einzige Sache mehr, in dem Falle hier im 3D-Viewport, sondern wir können uns hier unten über diesen Graphen, den ihr hier seht, in dem Falle alles aufbauen, was uns in diesem Mesh einfällt. Und das kann wirklich absolut alles sein. Als Beispiel, ihr kennt, dass wir das Objekt kleiner machen können, größer machen können, rotieren, biegen, extruden, zerbrechen in 1000 Teile, was auch immer uns einfällt. Das Ganze können wir hier unten, wie analog auch im Shading Tab mit den Materials hier, über sogenannte Nodes. Also in unserem Falle hier, hier unten sind es Shading Nodes im Shading Tab. Hier drüben haben wir unter Geometry Nodes eben den, wie schon da oben steht, Geometry Nodes zur Verfügung. Und wir gucken mal, was möglich ist. Wir ziehen mal hier ein Kabel heraus und dann gucken wir mal, was wir finden können. Hier gibt es zum Beispiel Triangulate Mesh. Das ist die Funktion, falls ihr euch erinnert, die alle eure quadratischen Flächen im Mesh in Dreieck unterteilt. Eigentlich eine sehr schöne Grundfunktion. Und wir gucken mal, was passiert. Wir sagen mal hier Triangulate Mesh. Dann kriegen wir hier diese Node für die Operation. Für euch mal gerade im Video hier ein bisschen größer dargestellt. Und ihr seht hier, hier geht unser Mesh herein. Also unsere Geometry hier unten ist das Mesh, was hereinkommt. Und wir haben hier die Operation Shortest Diagonal. Und hier unten drunter Beauty. Am Mesh selbst haben wir jetzt noch nichts verändert. Wenn wir hier oben mal umschalten über das Viewport Shading, die erste Kugel in Wireframe, dann sieht es noch genauso aus wie vorher. Hier ist noch rein gar nichts passiert. Aber wenn wir jetzt dieses Mesh hier nehmen und das hier unten an den Group Output anbinden, dann haben wir jetzt gerade in diesem Moment hier mit dieser Operation eben unser Mesh triangulated. Und ihr seht, aus allen quadratischen Flächen sind hierbei in dem Falle Dreiecke geworden. Entsprechend achtet man auch hier oben auf die Daten. Beim Mesh nach wie vor 8 Vertices, das ist klar. Wir hatten vorher weniger Edges gehabt. Jetzt sind es deutlich mehr geworden. Und Faces 12 Stück. Naja, wir hatten 6 Quadrate. Jedes Quadrat wird zu 2 Dreiecken. Dann haben wir insgesamt 12 Stück. Das ist auch klar. Und die Anzahl der Corners in eurem Mesh, also die Anzahl der Ecken hier oben, der Anzahl der verfügbaren Winkel, die wir ja theoretisch nutzen können, hat sich natürlich auch erhöht. Und zwar hier in jedem Falle pro Quadrat, das wir jetzt haben, sind wir von 4 auf insgesamt 6 gegangen. Hier oben links, den da oben rechts, den hier unten rechts. Und jetzt haben wir halt hier oben die an der Ecke und hier unten links an der Ecke in 2 gesplittet. Ist jetzt also keine große Magie. Das heißt, damit kriegen wir also hin, Operationen auf unserem Mesh auszuführen, die wir normalerweise selbst machen. Jetzt trennen wir aber mal diesen Endpunkt hier wieder heraus. Und das Mesh wird komplett leer, wie ihr seht. Warum? Naja, wir haben normalerweise den Input eines Objekts. Das heißt, hier haben wir die Grund-Mesh-Daten von unserem Würfel. Wir sagen, wir verwenden die hier oben in der Triangulate-Node und geben den Output dessen über das hier oben normalerweise nach draußen. Aber hier unten dieses Group-Output, das ist das Element, bei dem nachher das herauskommt, was ihr hier gebaut habt. Wenn ihr nichts an diesen Group-Output anschließt, hat euer Mesh keine einzigen Daten. Also es hat sie schon, aber halt dadurch, dass wir das Ganze manipulieren eben, ist hier drin 0,0 Info. Ihr seht oben links Vertex, Edge, Face, Face-Corner, alles auf 0. Verbinden wir nochmal Geometry hier unten, und zwar Mesh mit 8 Vertices, 12 Edges und 6 Faces rüber an die Geometrie hier, dann ist das Ganze wieder vorhanden. Also eigentlich doch sehr einfach. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, wir machen mal ein Beispiel, was wir mal anwenden wollen. Was könnten wir machen, wenn wir unser Mesh verformen wollen? Naja, wir können es zum Beispiel auch skalieren, in einer Achse oder in zwei. Wir könnten die Triangulate-Node hier tauschen, gleich gegen eine Skalierungsoperation. Allerdings, bevor wir das machen, glaubt ihr, dass die Operationen und Optionen, die hier in dieser Node drinstehen, irgendwo anders schon mal gesehen wurden? Ich zeige euch mal ein kleines Beispiel hierbei. Wir gehen zurück unter den Layout-Tab, schnappen uns den Würfel hier, und zwar mit Tab im Edit-Mode, und jetzt nehmen wir Steuerung-T, das ist das Triangulaten. Und jetzt habt ihr gesehen, in der Node gab es zwei Einstellungen, das sind so genau genommen sogar drei. Nur, wo sind die drunter? Hier unten links ist das sogenannte Operation Panel. Triangulate war eine Operation, die wir kennengelernt haben, und hier unten seht ihr auch Quad Method Beauty und Angon Method Beauty. Das sind die zwei Einstellungen, die ihr hier machen könnt, und hier könnt ihr entweder Beauty arbeiten, also in dem Fall versuchen, dass alle in die exakt gleiche Richtung ausgerichtet sind, oder ihr geht natürlich jetzt in dem Fall hin, und ihr schnappt euch immerhin Longest Diagonal, Shortest Diagonal, die anderen Einstellungen. Also Quad Method und Angon Method hier unten, die beiden finden wir auch hier in unserer Node. Gucken wir nochmal eben hier oben, da haben wir jetzt erstmal Method for Splitting, Shortest Diagonal, und hier unten haben wir Method for Splitting, die Angon's Beauty. Das sind die Sachen hier. Also mit anderen Worten, jede Operation, die ihr im 3D-Viewport machen könnt, händisch, könnt ihr jetzt über eine Geometry Node machen. Und jetzt kommt immer das wirklich Verrückte. Ihr könnt sozusagen Operationsgruppen bauen, mit denen ihr arbeiten könnt. Wie das? Na ja, mal angenommen, dieses Ergebnis hier mit den Triangulaten wäre euer Ziel, was ihr gerne hättet. Ihr wollt, dass es so aussieht. Jetzt seid ihr hier mit diesem ersten Geometry Node Graphen fertig. Das heißt, hier drin machen wir keine Änderungen mehr. Jetzt wollt ihr aber, dass auf eurem Mesh noch mehr passiert, aber ohne, dass ihr wirklich in den 3D-Viewport oben geht und weitere Dinge verändert. Was könnt ihr machen? Ganz einfach, wenn es einen Geometry Node Modifier gibt, könnt ihr auch einen zweiten hinzufügen. Die unten nehmen. Und jetzt merkt ihr hier, bei dem zweiten Modifier, die hier, haben wir den Button New wieder mal, genauso wie auch hier oben. Und wir können erneut einen neuen Graphen anlegen. Und jetzt ist immer Folgendes passiert. Hier unten, wenn wir da mal drüber hovern, kriegen wir einen Mesh mit 8 Vertices, 18 Edges und 12 Faces. Wir reden nicht mehr über den Würfel. Denn es ist so, die Reihenfolge der Modifier zur Erinnerung verläuft von oben nach unten. Der hier wird zuerst angewendet, danach dieser hier, danach zum Beispiel hier Subdivision Surface als Beispiel. Und ihr könnt hier immer mehr Kuriositäten aufbauen oder auch die Reihenfolge hier komplett ändern. Zuerst Subdivision Surface, dann die Geometry Nodes und da entsteht immer und immer mehr Komisches draus. Das heißt, so könnt ihr das Ganze bauen. Und wenn ihr jetzt überlegt, dass die Reihenfolge hierfür relevant ist, dann bei Subdivision Surface vor der ersten Geometry Node ist das Input Mesh, was bei der Geometry Node hier unten reinkommt, jetzt ein komplett anderes. Denn wenn wir einen Würfel subdividen, je nach Anzahl der Subdivisions, kriegt ihr ja mehr Polygone. In unserem Falle hier alles mal 4, also aus dem Falle nur den 8 Vertices sind 26 geworden. In dem Falle hier wurden aus den 8 Vertices 26 Stück. Die Edges sind auf 48 gegangen, 24 Faces und wir triangulaten das Ganze hier unten durch und kriegen hier am Ende, wenn wir hinten gucken, ein Mesh mit 26 Vertices und 72 Edges sowie 48 Faces. Das heißt, das ist der Output, der aus der ersten Node oder aus dem ersten Graphen heraus geht und diese Daten nehmen wir mit hier unten in den zweiten. Hier unten links kommen also jetzt die Daten heraus, die in der ersten Geometry Node Operation entstanden sind, nachdem wir Subdivision Surface angewendet haben. Auch hier können wir aufklappen und dann die nächste Funktion heraussuchen. Das heißt, hier können wir entweder das Suchfeld nutzen mit F3 oder hier oben das Add-Menü zum Beispiel. Dann können wir auch hier nach den verschiedensten Sachen hier einfach suchen, was wir haben wollen. Meinetwegen Geometry, Join, Merge by Distance als Beispiel könnten wir hier drin anwenden. Die Geometrie verläuft genau da rein und dann geht es aber auch da oben wieder heraus, da hinten hin. Und die Funktion über M, Merge by Distance kennt ihr schon. Haben wir auch schon öfter angewendet. Nur jetzt können wir hier unten wie im Operation Panel exakt konfigurieren, was wir haben wollen. Ein Float ist hierbei eine Fließkommazahl, also einfach nur merken, ihr tragt da irgendeine Kommazahl ein und zwar die Distanz zwischen zwei Vertices, ab denen dann gemerged wird. In unserem Falle hier mal ruhig erhöhen und ihr merkt schon hier oben links, die Daten werden deutlich weniger. Und wenn wir mal hier mit Shift arbeiten, und wir stückweise nach unten wieder gehen, ihr könnt hier verfolgen, was davon übrig bleibt, auf der rechten Seite oben oder oben links in der Listenansicht. Und genau das ist der Trick hierbei, nämlich ihr könnt jetzt mit diesen simplen Tools, was auch immer ihr vorher in Blender gemacht habt, egal ob es in Boxmodeling war, ob es einfach nur Objekte skalieren war, Daten verändern, ihr könnt das jetzt exakt kontrollieren und euch permanent über diese Ansicht hier merken, was ihr in welcher Reihenfolge gemacht habt. Und die Funktionalität allgemein, dass ihr jetzt hier unten so einen Graph habt, im Grunde ist das nichts anderes, wie Programmieren lernen. Ihr habt einen Anfangspunkt, von dem ihr, naja, entweder Anfangs Daten habt, mit denen ihr arbeiten wollt, ihr gebt diese Daten in irgendeine Funktion hinein, die wiederum, meinetwegen jetzt, damit irgendwas anstellt, meinetwegen hier in dem Falle, sie zum Beispiel auch komplett durcheinander würfelt, und das Ergebnis wieder hinten raus spuckt, und dann habt ihr nachher hinten Programmende im Endeffekt. Nur, hier kann man sozusagen vergleichend sagen, ein Geometry Node Graph hier in dem Falle, ist nichts anderes, wie ein kleines Unterprogramm. Jeder Modifier ist ein Unterprogramm. Und die Reihenfolge, wie sie ausgeführt werden, bestimmt ihr hier rechts. Erst Subdivision Surface, dann die erste Node, dann die zweite Node hier unten, das ist unter der erste Graph, und dann der zweite. Im Übrigen könnt ihr auch hier auf der rechten Seite, bei Output Attributes, und unten drunter Internal Dependencies, noch gucken, was es weitere Optionen gibt. Und hier oben, das ist das Relevante, denn, eure gebauten Geometry Nodes, könnt ihr in dem Falle genauso benennen, wie eine Animation, wie ein beliebiges Objekt, es ist ganz egal. Aber, wenn wir hier unten zum Beispiel, bei dem zweiten sagen würden, wir wollen das, was wir beim ersten gemacht haben, wiederholen, drücken wir hier aufs X, damit das Feld leer ist, und links hier, können wir jetzt, zwischen unseren beiden Graphen auswählen. Wollen wir den ersten Geometry Nodes haben, dann kriegen wir das hier wieder hinzu, und jetzt merkt ihr, hier oben ist der gleiche, wie da unten, oder wollen wir vielleicht, sogar zuerst, bei dem oberen hier, den zweiten Graphen haben, dass wir zuerst, ein Merch bei Distance ausführen, und danach hingehen, und das Ganze triangulaten, können wir auch machen. Es gibt also hier, eine klare Reihenfolge, und dieses Tool, euch in die Hand zu geben, um damit zu experimentieren, ist sehr essentiell. Also entweder könnt ihr hier, über die einzelnen Noodles, also die Kabel, die wir hier ziehen können, könnt ihr in dem Falle, Sachen anhängen, ihr könnt, wie es gewohnt wird, im 3D Viewport, hier über Shift A, und dann hier, die einzelnen Kategorien, Sachen hinzufügen, das gleiche hier, unter dem Node Menü, hier habt ihr weitere Optionen dafür, oder eben hier, unter Add, könnt ihr genauso eben, dieses, wie gesagt, Add Menü, in dem Falle eben, die gleichen Sachen wählen, und schauen, was ihr haben wollt. Jetzt noch zur Frage, nach dem Material Index, von Anfang, wenn wir nochmal hier, die zweite Node entfernen, und die erste, die wir hier haben, wieder auf den alten Graphen, zurückstellen, und das mal hier rein, verlaufen lassen, ohne irgendwelche Veränderungen, einfach, damit es wirklich für euch, möglichst einfach ist, und wir auch keinen Subtimation Surface hier haben, dann können wir doch mal gucken, was es eigentlich damit auf sich hat, wenn wir Materials zuweisen. Ihr erinnert euch vielleicht doch allgemein, egal ob bei euren eigenen Projekten, oder in dieser Serie hier, dass wenn wir hingegangen sind, im Reiter Material Properties, hier unten rechts, bei der roten Kugel, dass wir dort, hier oben, Material Slots erstellen konnten, meinetwegen vier Stück, und für jeden Slot hier, können wir ein Material anlegen, oder andere zuweisen, meinetwegen hier Material 001, 002, und hier haben wir 003, indem wir auf den Button New klicken, jedes Mal, und genau das ist das Interessante hierbei, wenn wir jetzt zum Beispiel, das erste Material hierbei, nochmal blau einfärben, das nächste wiederum hier, in die Farbe Rot setzen, und den Nachfolger hier unten, in dem Fall in die Farbe Grün, dann haben wir jetzt eine Reihe, von verschiedenen Materials, verschiedenen Farben, die wir auf unserem Mesh hier, anwenden können, wenn wir hierbei, über Z den Shading Mode ändern, und zwar, wenn ihr das Pi Menü aktiviert habt, habt ihr hier dieses Rad, und könnt hierbei, Rendered oder Material Preview loslassen, oder ihr nehmt oben rechts, diese vier Kugeln hier, und schnappt euch hierbei, die dritte davon, dann kommt ihr auch in diese hier rein, und jetzt gehen wir mal, auf die Faces wieder hin drauf, wir sehen hier, alle haben Material Index 0, das ist dieses weiße Default Material, was immer auf eurem Default Cube, bereits vorhanden ist, wenn wir jetzt eine Fläche auswählen, meinetwegen die obere Fläche hier, und wir nehmen das blaue Material, und sagen den Button Assign, für Zuweisen, dann haben wir hier Material Index 1, also hier kriegen wir die Information her, wie diese Fläche geschädelt werden soll, mit welchem Material auf unserem Objekt, genauso können wir das benachbarte Faces nehmen, auf Material 2 setzen, und das benachbarte hier auf Material 3, und wenn wir jetzt alles auswählen, sieht es aus wie ein Gamecube, aber wir haben jetzt hier in der Tabelle, verschiedene Material Indizes, Mehrzahl von Index übrigens, an denen wir uns orientieren können, welches Material wo angewendet wurde, und wir können auch nochmal hier rechtsklicken, und dann nochmal hier unten, wo es gewesen, dort sagen, Shade Smooth, und das ist doch mal eine wertvolle Information, macht es euch mal zur Aufgabe, ein beliebiges Objekt, oder zumindest so weit wie ihr könnt, so weit wie ihr mit Modifiern, mit Operationen, mit allgemeinen Möglichkeiten arbeiten könnt, ein Objekt nur mit den Geometry Nodes zu bauen, als Beispiel ein Haus, es ist möglich, genauso wie auch wie ein Wasserfall zu animieren, Lava, oder sonstige Sachen, ihr könnt hier wirklich versuchen, euch auszutoben, und wie gesagt, ihr müsst nur hingehen meinetwegen, hier unten rausziehen, und nochmal sagen, zum Beispiel hier haben wir Extrude Mesh, das wäre das hier, und wir können auch hier bestimmen, welches Phase wir extruden wollen, wie das nachher aussehen soll, in welche Richtung, ob in alle Richtungen hier, und Topside etc. pp, da kriegt ihr genauso auch Daten heraus, und ihr könnt bestimmen hier, was ihr haben wollt, und was nicht. Das wäre es von meiner Seite aus, insofern sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, mein Name ist Lars, freut mich, wenn ihr was gelernt habt heute, schreibt es gerne in die Kommentare, auch wenn ihr weitere Fragen habt, ansonsten, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, und gebt uns noch einen Daumen nach oben, bevor ihr jetzt geht, und vielleicht euch diese beiden Videos, hier auf der rechten Seite anschaut, die gehen auch über Blender, und ansonsten, sehen wir uns bei Blender Creations wieder, wo wir mal hier die Geometry Nodes, in der Praxis anwenden wollen, schon morgen wieder, bis dahin, bleibt mir gesund, und ciao, ciao!